Hi Leute! Hi Leute! Wir sind wieder zurück in Palworld. Oh nein, unser Ding ist hungrig. Ja, wir machen gleich weiter. Wir brauchen noch ein paar Pals. Ich habe 18 Stück. Wie viele hast du? Eins weniger als du. 17. Dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder auf die Jagd. Währenddessen können die Leute gerne liken und abonnieren. Freut uns immer riesig. Wo bist du? Ich bin schon unten. Ach du bist schon unten? Ich bin schon lange. Ich schau mal, wir fangen natürlich nur welche, die wir noch nicht haben. Beziehungsweise brauchen wir ja auch Starke, wenn wir später gegen den Boss kämpfen wollen. Wir können schon gegen den Boss kämpfen. Das ist ja schon so eine Mission, glaube ich. Was? Wir wollen natürlich einen. Man kann eigentlich nur dann anfangen, wo man noch gar nichts hat, den Boss bekämpfen. Aber es ist besser, wenn man eine Stärkere hat. Ja, schon. Hast du schon so einen Flieger? Nein, aber bei mir ist einer ein Flieger. Ich sehe auch gerade einen. Dann machen wir ihn zusammen schnell fertig und du schnappst ihn dir. Wo bist du? Okay, los. Hier. Bei dir. Bei dem Flieger. Okay, schieß auf ihn. Schieß auf ihn, dass er wieder umdreht. Ich bin neun. Ich hab ihn. Warte auf ihn bitte. Hilf mir mal. Ich bin schon da. Hilf mir mal. Ich bin doch schon da. Da. Der schießt jetzt nur auf mich. Oh mein Gott. Da. Kommt. Der wird live auf. Der wird live nur mich an. Ich schieße ihn von der Seite ab. Der ist eh nur auf mich posiert. Aber. Schießt du auch auf ihn? Ich seh dich nicht schießen. Ja, schieße dich. Oh nein. Er hat mich im Visier. Wow. Das ist knapp. Versuch ihn mal zu fangen. 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 Vielleicht sind die Chance. Nicht unternehmen. Wir laufen nicht so weit. Jetzt sind die Chance. Komm. Nein, der ist noch mehr ein Leben. Schnapp ihn hier. Das war knapp. Das war knapp. Okay, ich bleibe jetzt. 21. Oh, 21. Ja, ich lege ihn, glaube ich. Ich lege ihn, glaube ich. Nein. Nein, der ist immer noch ein Leben. Tod. Nein. Wie soll ich dich? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Total vermasselt. Wie viel Leben hast du noch? Ich habe noch viel Leben. Ich hoffe nur, er schießt nicht auf uns. Oh Gott. Oh, der ist. Das war über dich. Aber. Nein. Ich kann ihn nicht. Ja, wenn der mich trifft, hört der automatisch auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wir auf ein Ding. Ja. Ja. Nein, meine Chance. Hast du ihn? Ja, ich habe ihn. Ja. Sehr gut. Ich habe ihn. Ja, Freunde. Weil ich hatte den schon das letzte Mal. Habe ich so ein Pengulett? Ist egal. Ich brauche auf alle Fälle eins. Mein Name. Hier ist eine Ruhe. Und die Leuchte ist so tot. Aber. Kannst du erkennen? Wirst du mir auf? Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Ich habe ein Pengulett. Aber, komm mal her. Zu mir. Hier ist eine Ruhe, aber die kann die ich nicht öffnen. Auch wenn ihr ihr geschluckt habt. Wir brauchen einen Stahlschlüssel. Und Schlüssel! Wir brauchen keinen Stahlschlüssel. Boah. Wir brauchen jetzt mal irgendwelche starken Pals. Ich glaube, so mehr wir auflämeln, so stärkere, und so mehr Pals gibt's, glaube ich. Da haben wir noch 24 Pfeile. Nein, die anderen greifen wir nicht wieder an. Wir sind jetzt schnell wieder weg. Schnell! Wir müssen doch die Karotchen gehen. Papa, ich glaube, so mehr Lämmeln, man liegt so mehr stärkere Tiere und so so mehr Pals. Glaubst du? Ja, glaube ich. Wenn wir alle hier gesehen haben, es gibt kein neues. Ja. Ja. Da blocken wir erstmal da blocken wir uns eine sehr starke Dinge. wir wünschen dir. Aber Papa, die muss wie jetzt die kleinen kann man auch sehr viel aufleveln, dann sind die auch nicht stark. Habe ich jetzt? Ja. Habe ich schon so ein... Ja, ein Foxpacks habe ich schon, gell? Foxpacks? Ja, hast du. Okay. Ja, aber ich will jetzt nicht nur Kartivas fangen, das ist ja auch blöd. Ja, das wäre langweilig. Das wäre richtig langweilig. Ja, in der Nacht kommen immer andere raus, gell? Ja, nur, dass du dir auch eine Sache machen musst, dass du keinen Schaden bekommst. Hm. Hm. Wir loben eben. Ja. Hui, wie schön hinter dir. Wie schön hinter dir. Hier? Sind auch keine? Hm. Hm hm hm. Guck mal. Lammball haben wir schon. Ja. Wim schon. Ja, du sollst ein Riesen-Lammball, gell? Habe ich noch nicht. Aber nicht in meiner Welt. Aber nicht in meiner Welt. Ja, deine. Ich weiß schon in deiner Welt. Ich weiß schon in deiner Welt. Ich weiß schon in deiner Welt. Ja, aber es gibt auch nie einen Fuchsball. Ein Fuchsball. Ein Fuchsball. Ich weiß nicht, dass wir nicht reden. Das ist super. Ja, gut wie je. Der Bauer ist gesehen, das war ein Kattiver. Das war auch die Gurt, die mir bleibt. Ich weiß nicht. 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 Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber die sind nur Kattiver. Oh, ich hab ne Kiste. Geht die auf? Geht die auf? Geht die auf? Nein! Oh, sie geht auf. Ah, Goldwissen und ein Pals. Wann wird's denn dunkel? Jetzt dann, oder? Na, noch nicht. Ja, da wo ich schieb. Ja, ich fang jetzt einfach ein, so ein... Das ist okay. Oh nein, ich fang gar nix. Ich hab's... Ich hab's getötet. Du hast es getötet. Ja, ich hab's mitgekriegt. Ich hab aber nur eins gefangen wieder. Jetzt hab ich genauso viele wie du. Boah, mein Headset spinnt heute voll. Ich halt bloß immer auf einer Seite. Dein Headset ist ein bisschen kaputt. Ja, hoffentlich geht das jetzt nicht kaputt. Der ist schon wirklich blöd. Das wär richtig blöd. Dann haben wir dann... Ehm... Ja. Aber gedacht, dein Computer wär kaputt. Wir haben jetzt da viel Geld ausgegeben. Und dann, was umsonsten alles doch nicht kaputt war. Ja, mein Bildschirm. Ja, wir hatten einen Stromausfall. Und dann... haben wir einen neuen gekauft. Und dann ging dieser... Alte, blöde Bildschirm doch noch. Ja, und jetzt hab ich den. Und genau wo ich den liegt habe... Ja, einmal in der Familie durchgetauscht. Ist unser Fernseher kaputtgegangen. Und deswegen muss ich den benutzen. Der ist viel kleiner. Ja. Ja, stimmt. Unser Fernseher ist jetzt auch kaputtgegangen. Aber der ist wirklich kaputtgegangen. Der ist wirklich kaputtgegangen. Der ist wirklich kaputtgegangen. Nein. Ich pack mal alles weg. Wo haben wir unser Gold? Gold? In der anderen Kiste. Ja. 1,000 haben wir schon. Ja, ich pack das mal rüber. Ich packen wir alles weg. Okay, okay. Ich glaub ich was zu essen. Wissen wir mal gucken wie's Level wir sind. Wissen wir Level. Wir sind nur Level 9. Aber... Wir sind schon Level 9. Ah. Was? Wir sind Level 9. So, kleiner. Mach. 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 Ich mach mir noch schnell ein paar Pfeile für später. Papa, wenn man level 4 ist, dann kann man diese Blumenkokumele für ein paar Dings machen. Heißwehren, ja. Heißwehren. Ich bin erstmal level 40. Oh, mein Kaktiver hilft mir wieder. Ich geh ja mal lieber weg, denn sonst laufst du wieder vorbei. Oh, ich bin level 10. Wieso? Beim Brachten jetzt, da hat es mich auch viel leveln. Ja, dann brauch ich auch nochmal leveln, da ich ja genauso viel leveln wie du. Natürlich. Ja, ich hab die ganze, wir müssen unsere Pal-Box dann noch verbessern. Und, ah, ich muss... Ja, einfach noch mehr Hausjahr drauf schicken. Ja. Wir können arbeiten. Wenn wir nur 2 nehmen können. So, jetzt läuft mir der Kaktiver. Ja, 50 Pfeile sollten reichen. Ne, ich hab 16.30 und ich brauch immer 16.30. Oh, schau mal, ich will das Grüne da hinten. Haben wir das Grüne da hinten schon? Ja, dann in Kaktiver arbeiten. Was denn? Welches denn? Da hinten, wo das dicke Mammo-Ding da ist. Da ist grad eins gelaufen. Denkst du, ich kann das schon erledigen? Das ist Rosaline. Nein, da hinten. Komm mal mit. Ah, das kann ich... Das da? Nein, das kannst du noch nicht fangen, leider. Wieso? Das ist Level 17. Deswegen kann ich nicht fangen. Ich will Level 17 sehen. Ich hab nur einen AP. Ich hab leider noch Hunger da. Äh, toll. Die sind laut der Bär. Sie 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 sind laut der Bär. Ich hab keine Bär. Hast du Bär? Hier bei mir ist auch noch welche. Da... Ich weiß, dass man noch einen Plink... mit meinen gelben Affen fangen kann. Und der hat, so weiß ich, wie ich weiß, hat er eine Waffe. Okay. Den habe ich dann noch keinen anderen gesehen. Ich sehe die ganze Zeit nur die Lambal, Kativa und die Foxparks. Papa? Hm. Wo ich dieses große Pokémon gefangen habe, das bloß Lambal. Ja. Papa? Ja. Da konnte ich einen Pokémon, ich wollte den Pokémon fangen und das andere sollte mein da ein bisschen auslocken, aber sie haben sich das, also sie haben, also mein Pokémon hat es beschäftigt, weil sie es nicht anschlachten kann. Okay. Schnapp mich. Also du hast mir nur einen Lenker. Hast du? Nee, du hast mir nur die gleiche, aber du fliechst in dir zwei. Oh. Nein. Nein. Ich hab's. Nein. Du kleiner. Du bist leider... Du bist schon wieder ausgewichen. Du willst leider zwei Pok... Du willst zwei Pokéball verschwenden. Nein, nein. Ich hab' ich nie gesehen, wo ich ihn geworfen habe. Ich hab' auch eins. Oh, ich will das da hinten. Ich will das da hinten. Wie komm' ich da hin? Ich jetzt. Ich hab's fliegen sehen. Hast du's nicht gesehen? Ich... Nein, ich will. Da flattert's, da flattert's. Ich hab' ich gesehen. Ich hab' ihn nicht abschießen. Ich hab' ihn geschickt. Okay, wir können es nicht sehen, wo du hinschiebst. Das ist, die Schleiter die für ihn. Nein, was macht der da? Da ist ein Schluchter. Wo ist er? Ist vorne. Nein. Nein, ich wollte den haben. Wir haben doch so einen Fluchding. Das war aber ein anderes, glaube ich. Hast du schon den hier? Das ist Schlappow. Ich habe aber schon. Das war, glaube ich, das habe ich in der anderen Folge. Und... So ein Schneckending brauche ich noch. Ja, hier ist er. Da hinten, wir holen nur zu ein. Haben wir so einen schon? Schlappow? Nein. Gehen da. Ich schieße einfach. Wehe? Ja. Oh, ne. Das ist wirklich stark. Aber... Das ist wirklich stark. Stark nicht stark. Das haben wir gerne... Das haben wir in einem Video und das haben wir nicht geschafft. Aber... Das kann es auch nicht in diesem Video enden. Das ist so gut enden. Aber... Das ist tot. Aber werf mal, bitte. Wir werfen mal. Noch eine blaue Ablenkung. Noch eine Ablenkung, bitte. Aber wirklich. Noch eine wirkliche Ablenkung. Ganz kurz. Oh nein, er hat mich erwischt. Warte. Nehmen wir. Nein, ich bin tot. Fangen zuerst. Fangen zuerst. Aber... Fangen zuerst. Oh nein. Was war das? Jetzt haben wir jetzt beide tot. Nein, ich habe ihn gefangen und wir sind gestorben. Nein. Das hast du wenigstens immer. Das hast du zum Glück noch. Wo ist wieder ein Stück? Hier ist wieder ein Stück, oder? Ja. Oh Mann. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Nein. Wir sind schon wieder stuck. Jetzt mal. Wir müssen immer einen Anfang spielen. Kann ich dich wieder zurückholen? Hm. Ne, das muss ich überhaupt. Das muss ich überhaupt nicht. Oh, ich will so eins. Habe ich so eins schon? Dieses? Das ist alles. Das ist gut. Das, was hier so... äh... Flattert. Dieses... Ding. Oh nein, ich habe meinen Bogen nicht mehr. Na toll. Moment. Äh... Die, was so... Haare. Die, was so fliegen. Die... Fallhaare. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Aber... Wo ist denn unser Camp? Ach Gott, da drüben. Ja, wo die Sonnen sind. Kann ich den Wasser verlieren, oder? Ah. Ja. Ja. Daaaar. Ich habe schon ein neues Buch mal gedauert. Da war diese eulig schwarze. Okay, ich muss mich... Röne. Röne. Wie ist das aufhören? Weil ich fast herfriere. Denn... ich sehe unser Camp gar nicht mal. Siehst du mich? Ja, du bist du. Ja, du bist. ich hab ja schon so ein kremes komm, kannst du mal bitte schnell zu mir, ich sterb gleich wo bist du? ich weiß ja noch nicht mal wo du bist ja, wo diese Linie ist ja, wo diese wie nur eine Linie ist ich bin leider tot ich seh keine grüne Linie ja, ich bin neben dir wie Entschluss ja einfach nach vorne gehen nach vorne gehen warum? nach vorne gehen ich bin tot ja, ich hab auch fast kein Power wie soll ich jetzt hier weg gehen wenn ich nicht mal weiß wo du bist ich geh mal nach vorne ich will mal sehen wo die Linie ist nach vorne weil ich lege, dann muss nach hinten ja, aber dann bist du ja oben noch bist du nur oben einfach neben dir einfach nach hinten neben mir nach hinten neben mir nach hinten wie soll neben mir nach hinten funktionieren? äh, Aufwaschlichtung wenn das hinten ist dann ist da unser Camping ist auf die andere Seite wo du noch nicht da warst nicht zum Camping gehst du hin gehst du hin? ey, Süßer ich seh dich nicht da bist du ha jetzt hab ich dich gesehen glaub ich ja, schön ich hab eh gleich mit 10 Sekunden und dann sterbe ich ja, dann schaff ich's nicht mehr dann schaff ich's nicht mehr dann schaff ich's nicht mehr ja, dann schaff ich's auch nicht mehr das ist ich hab's auch dabei das ist wie du ich hab's auch dabei Wenn wir einfach noch von unseren Pokémons gelabelt hätten, dann wäre es so glatt, glaube ich. Du weißt, glaube ich, nicht wie man Pokémons labelt, oder? Nein, ich weiß nicht, wie man Pauls labelt. Das musst du mir dann irgendwann mal zeigen. Ja, Leute, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns dann wieder, sobald wir wieder aufgerüstet sind, unsere Sachen geholt haben. Und auch wenn es jetzt nicht so das krasse Video war, hoffen wir, kommt es beim nächsten Mal wieder. Liken, abonnieren und bis bald. Liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.